Oh, das ist Leeroy. Er holt mich doch jeden Tag zur Schule ab. Er tut mir noch richtig leid wegen gestern. Fanny, ich hab heute definitiv keinen Bock auf Schule. Was soll ich denn sagen? Yo, Leeroy Liene, was ist mit deinen Hormonen los? Tut mir leid, ich werde es ersetzen. Das ist schon okay. Ich mache heute kleine Ferien, in Ordnung? Fanny, ich muss dir was gestehen. Ich bin nur Halbgrieche. Oh!